Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6716. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe viel Sport gemacht. Mein Gewicht hat sich nicht verändert. Ich habe viel Sport gemacht. Mein Gewicht hat sich nicht verändert. Das gewünschte Produkt ist nicht verfügbar. Ich kann Ihnen aber einen gleichwertigen Ersatz anbieten. Ich kann Ihnen aber einen gleichwertigen Ersatz anbieten. Ich benutze eine elektrische Schneidemaschine, um den Stoff zu schneiden. Ich benutze eine elektrische Schneidemaschine, um den Stoff zu schneiden. Ich benutze eine elektrische Schneidemaschine, um den Stoff zu schneiden. Elena fährt in den Urlaub. Sie wartet vor dem Haus auf ein Taxi. Elena fährt in den Urlaub. Sie wartet vor dem Haus auf ein Taxi. Elena fährt in den Urlaub. Sie wartet vor dem Haus auf ein Taxi. Die Erhaltung der Umwelt ist für das Wohlergehen künftiger Generationen von entscheidender Bedeutung. Die Erhaltung der Umwelt ist für das Wohlergehen künftiger Generationen von entscheidender Bedeutung. Der Teddybär wurde schnell zu einem beliebten Spielzeug für Kinder auf der ganzen Welt. Der Teddybär wurde schnell zu einem beliebten Spielzeug für Kinder auf der ganzen Welt. Ihre Idee zur Energiewende war damals genial. Heute gibt es aber noch intelligentere Lösungen. Ihre Idee zur Energiewende war damals genial. Heute gibt es aber noch intelligentere Lösungen. Ihre Idee zur Energiewende war damals genial. Heute gibt es aber noch intelligentere Lösungen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Danke. 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 Danke.